Und diese Begeisterung, sagt er, die spürt er immer stark, die kommt aus dem Bauch heraus. Also da ist ein starkes Gefühl dahinter, wo er sagt, okay, da spürt er, das ist interessant, das möchte er tun. Dadurch, dass er sich diese Zeit gibt, das nicht sofort zu entscheiden, bringt er sozusagen seinen Kopf mit ins Spiel. Und er kann es einmal durchdenken, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und dann gibt es interessanterweise die Gefahr, wir sind jetzt noch immer bei diesem konkreten Beispiel, gibt es die Gefahr, dass er das im Kopf verkopft, wie man so schön sagt, und dann stecken bleibt, dann nicht mehr rauskommt. Da kommen dann Ängste mit ins Spiel. Wie wird denn das sein und was werden denn andere darüber denken und kann ich so meine Zukunft gestalten? Das werden wir jetzt gerade über diesen beruflichen Wechsel zum Beispiel denken. Kann ich so meine Zukunft gestalten oder kann ich meine Familie dann ernähren oder eben nicht? Diese großen Fragen spielen dann mit. Und dann bleibt es dort. Und dann haben wir festgestellt, dann ist es für ihn schwierig, eine Entscheidung aus dem herauszutreffen. Weil da bleibt es in diesem Kopf. Und wir haben dann gesagt, okay, quasi wir kommen aus dem Gefühl raus, das ist eine schöne Idee. Wir gehen in den Kopf rein und sagen, naja, mal darüber nachdenken. Und dann müssen wir wieder mit dem Lift sozusagen hinunterfahren, wieder ins Gefühl kommen. Und dann schauen, okay, was sagt jetzt das Gefühl dazu? Das Gefühl findet das noch immer eine tolle Idee. Okay, passt. Kann man wieder zurückfahren, wieder rauf in den Kopf etc. Und dann haben wir uns sozusagen ein Zeitframe, also einen Zeitrahmen dafür vorgelegt, der zwischen zwei Tagen, zwei bis fünf bis sieben Tage liegt. Also sagen wir nicht vor zwei Tagen, aber auch nicht länger als eine Woche. Eine Woche ist auch, das hat sich so ein bisschen etabliert, als der gute Zeitraum, um sozusagen Einheiten zu denken. Also in dem konkreten Fall. Also einfach so, was möchte ich tun diese Woche? Was steht am Programm? Was möchte ich? Da ist ein Zeithorazon von sieben Tagen auch sehr gut gewesen. Das heißt, aus diesen vielen Möglichkeiten, die so ein Rahmen hat im Sinn von, okay, da ist jetzt ein Problem, ist aufgetreten, ich habe es festgestellt und ich möchte es irgendwann entscheiden. Haben wir jetzt eine konkrete Implementierung heraus sozusagen gearbeitet, auf der man sagt, okay, in diesem speziellen Fall für dich wollen wir, dass du das schaffst, dass man es nicht vor zwei Tagen und nicht nach einer Woche. Damit sozusagen dieser Rucksack sich nicht füllen kann, sondern dass Sachen reinkommen und relativ schnell auch wieder rauskommen aus dieser Geschichte. Und ich finde es eben super, weil für den anderen kann das halt ganz anders ausschauen. Der andere fängt vielleicht immer im Kopf an und da wäre es vielleicht einmal gut, ins Gefühl reinzugehen und zu schauen, was sagt denn eigentlich das Gefühl dazu? Wie fühlt sich das an? Und er braucht vielleicht länger. Vielleicht brauchen manche Leute halt irgendwie für wichtige Entscheidungen dann einen Monat oder so, um irgendwie alle Argumente abzuwiegen, das für und wieder. Und vielleicht auch irgendwann in einer Musa-Stunde das Gefühl zu befragen und überhaupt Kontakt damit herzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank.